Hä, ist die spielrelevant, die Tür? Ja, da war so ein Tor. Da konnte man easy von der einen Seite zur Map zur anderen laufen. Aber da ist jetzt ein Kühlschrank drin, ne? Props können drüberpfen. Der Killer kann aber nicht mehr vorbei. Aber es ist doch viel wichtiger, dass man sich in den Lama verwandeln kann, oder? Das stimmt, ja. Ja, das ist halt illegal, ne? Dass du da oben drauf bist. Das ist richtig krass, ja. Das ist halt wirklich... Krass, Alter. Fühl mich sicher, wenn du auf mich aufpasst. Ah, scheiße. Warte mal, warte mal. Da hat mich die Tür geblockt. Oh. Tim, in meinem Chat steht, wenn du zu der Tür gehst und vor dem Kühlschrank das Ich Sehe Dich im roten Mast, dann kann man durch, tatsächlich. Ist das jetzt so ein Bait und dann ist es total lustig, oder? Hier. Nee, ist auch voll schlecht. Oh mein Gott! Kann ich denn auch noch essen? Okay, war das, das war ja super krass. Ja, ich bin sehr witzig. Prop night. Super. Ich hab eine Killer-Runde gehabt, die war ein bisschen tryout von mir, aber ich hatte einfach Bock zu gewinnen und dann haben wir einfach noch ein bisschen rumgetrollt die ganze Zeit und dabei sind sehr lustige Runden entstanden. Den Cut guckt ihr euch jetzt gleich an. Prop night einfach mal ein geiles Spiel mit den Leuten. Wenn ihr jetzt denkt, wow, Vlesk, da hast du Timurus auch ordentlich an der Nase herumgeführt. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, stream vorbeigucken, viel Spaß. Igor! Warte, ich soll die gute Besserung von meinen Schenken machen. Ich bin euer Bärchen. Wollt erst gute Besserung zurück sagen. Hallo! So krass und creepy. Franzi, hast du das Game eigentlich auch schon mal gespielt? Ich glaube, wir haben schon mal mit Franzi gespielt, oder? Ich auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade mit Franzi gespielt. Wowie! Ich habe schon mal gespielt, ja. Oh nein. Geh mal bitte weg. Da merke ich auch immer, dass ich kein Psychopath bin tatsächlich, weil ich nicht so Herzklopfen kriege, wenn ich lüge. Nee! Nicht schon wieder bin ich, glaube! Nee, ne, machen wir nicht. Aber ich brech den hier kaputt. Aber die war wirklich gut, ich hab halt zu null geglaubt, dass die sind. Halt doch auf! Was soll das denn? Ich setz dich da jetzt hin, Linda. Der kaltblütige Chris. Warum hast du mich denn jetzt runtergelassen? Ja, weil ich dachte, da ist schon ein F hier. Wie stellt man sich nochmal auf? Ähm. Also, Franzi, geh mal! Ja, ich lass euch mal in Ruhe, okay? Ja, ich hab halt gesehen, dass Bart da irgendwo war, aber ich hab nicht gerafft, wo Bart hin ist. Das war ich gar nicht. Doch! Ich hab da ne pinken Haare da gesehen, klar. Äh? Chris, mag das nicht, wenn jemand anderes verkarrat? Das Game soll so komplett neue... Ist natürlich nicht so gut. Ähm, was ist hier passiert? Warum ist hier ne Wand? Oh, der redet das! Fortnite! Da bist du gefortnited worden. Oh Gott. Aber Fortnite, das muss einfach manchmal sein. Da stand einfach ne Cola random vom Generator. Schwierig. Das ist ja merkwürdig. Kinder! Linda? Kinder! Linda? Linda! Linda! Oh, was ich mach... Barty! Nee... Ich hab nen Furzkissen. Wir müssen los, Leute, wir müssen los. Alles egal. Die Barty, die Barty. Zur Barty. Ja, gar nichts. Wofür ist denn ein Furzkissen gut? Ja, das ist nur das Sound. Wow, ich hab drei Furzkissen gekauft. Oh nein! Das hätt ich nicht... Das hättest du vielleicht nicht... Die anderen Sachen waren halt Healungs-Stuff und ich dachte, so gut wie ich bin, brauch ich bestimmt keine Ahnung. The Killer is chasing me! 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 Wo? The dedication of the Killer... Hey, wer ist denn hier? Hey, wer ist denn hier? Hey, wer ist denn hier? Hey, der Stuhl ist auf mich drauf gehüpft! The Pump in the Muscle! Ach, was ist denn hier los? Aua! Was ist denn hier los? Da ist irgendwer... Das war doch Linda schon wieder, oder nicht? Nee... Zur Barty? Zur Barty? Mann, Bart! Barty! Was ist denn? Warst du schon zweimal Bart? Äh, nee, kannst mich ruhig nochmal hinlegen. Ich hab einmal mir selber die Tür ins Gesicht gehauen, das war nicht so smart. Das war nur ein Test? Okay, er kommt wirklich jetzt! Scheiße! Timi! Du kleiner Schlimmi! Hat den... Du kleiner Schlimmi! Dankeschön! Oh, warte! Ach, guck mal! Ich muss hier... Guck mal! Das... Ist ja jetzt... Ich... Ja, dann... Lass mich mal shoppen kurz! Oh, nee! Wer hat denn hier verkackt gerade? Ich nicht! Franzi! Franzi! Oh, man... Du siehst mich gar nicht! Beim Erdbeben soll man sich unheimlich verstecken! Nee, Linda, komm mal mit! Das ist ja hier nicht... Ey! Wer ist denn hier? Warum konnte ich nicht bonken? Was ist denn das denn jetzt? Oh, Bonkmaschine! Ja, Bart kann ich nicht hinsetzen, leider. Der hat wieder noch ein bisschen... Ja, der hat auch schon zweimal... Konzentration! Ja... Warst du schon zweimal? Nee... Jetzt ja... Ja, aber das ist ja okay... Hm, ich hab Geld aufgesammelt, obwohl ich gedowned hab... Ach, weißt du was? Ich mach oben den letzten... Ach, scheiße! Ich kann's nicht ein! Das ist schon zu weit hier! Tut mir leid, Bart! Ja, hier ist richtig! Hast vollkommen recht! Man muss auch mal sitzen, wenn man... Man muss ja auch mal Fairplay für sich selbst machen! Hilfe! Nein, Franzi! Was? Ah! Nein, 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 nein... Du bist so, erkennt mich nicht! Ich bin im Durchschnitt und erkennt mich nicht! Doch, doch! Ich erkenn dich! Aber ich bin doch jetzt tot! Aber dann kannst du mit Bart vielleicht ein Gläusch hinhalten! Ach! Ja, ist schon eine gute Idee, ja! Ah, Manni! Kannst durch die Silinder ist im aktiven Chase! Au! Oh, Frios, scheiße! Frios, fair ist das Schlimmste! Wui! Frios! Hör uns aus! Oh, da... Oh, da... Linda! Linda, Linda, Linda! Nee, das wäre nicht möglich! Ich verarsch ihn! Ich verarsch ihn, ich verarsch ihn! Verarsch ihn! Das geht rüber! Ich verarsch ihn! Was sind wir noch bei Wir brauchen noch den ganzen Reaktor! Also, Plastizizei! Was ist denn da? Der hat wehgetan! Verarsch ihn! Ich versuch es! Ah! Eieieiei! Me Gusta! Das hat er gesehn! Ach, weißt du was, ich geh wieder hoch zu Linda. Doch, doch, ich komm jetzt. Weißt du, Tim, hier ist kein Stuhl, lass dir mal liegen. Oh, du hast fertig gemacht. Wo bist du hin? Ich bin nicht gesehen. Besteck dich, Linda, wir haben drei Minuten. Oh, oh, kommt runter. Du hast mich gesehen, Linda. Ach, nein. Ich muss jetzt, ich hab die letzten Runden immer nur auf den Sack gekriegt. Das ist jetzt auch mal wieder mein Erfolg. Nee, 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 warte mal kurz. Wir können kurz reden. Nö. Nö. Ich hab noch nie mit dem Bärchen gewonnen. Oh, oh. Ja, diesmal wirst du gewinnen. Tim ist nämlich viel zu langsam hinter dir, Tim. Hätte ich gesehen. Timi. Mann, ich hab keine Ausdauer. Es lauft doch. Tim, wohin denn? Also, das ist... Mann, ich wollte mich halt in das Ding verwandeln, das ging nicht. In den Stuhl? Das war wieder Prop Night, ey. Ja, mach halt. Ich glaub, wenn ich mich als Stuhl tane, finde ich ja nicht. Da wollte sie sich in der Ecke verstecken. Nee, nein, da hinten ist so ne Box gewesen. Und du kannst ja nicht auswählen. Wurde jetzt ein Packung Taschentücher werden. Wie geht das? Nice. Da war wirklich ne Box. Ich hab Bart wahrscheinlich nicht hingesetzt, aber ich hab die letzten Male nur verloren. Nee, ey. Ich hab dich jetzt auch mal eins. Danke. Ist das der Schule, aber da steht Bauernhof? Das ist der Bauernhof. Ascha, Karscha. Karschaka. Everybody. Das hat voll gepasst. Auf die leichte Tour, dann lass dich halt in Ruhe. Ich will gar nichts von dir, geh weg. Dann lass ich dich halt in Ruhe. Na? Na? Nee, geh weg. Ich hab grade erst ran gesetzt. Oh ja. Was ist das denn für eine Schnückelnase? Hast du den Killer Instinkt angefragt? Ja. Der Killer Instinkt? Und deswegen bin ich jetzt auch Chris, hab ich verloren. Scheiße. Ah. Hallo. Hallo. Du hast so ein Stück von meinem Kürbis abgeschlagen. Oh, ich liebe Kürbis. Was warst du denn gegen Kürbis? Adi, 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 adi. Geht mein Cheatcode noch auf Bauernhof? Was war's? Der Teddybär oder so, der im Boden geht? Teddybär im Feld. Ja. Ich teste das mal eben. Die haben mein Cheatcode gefixt. Warum wird mir Linda nicht angezeigt? Ich war... Das tut mich. Ey, grüß da. Ich bin der Bayerische Bär. Hilfe. Oh, brechen, 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 brechen. Das war's. Das war's. Das war's. Hi. Na? Der Kürz ist hier schon wieder. Machen wir ein Skimmer. Ach, was soll denn das? Party. Boi. Partyboy macht Party. Hm, wo ist er hin? Ich seh ihn ja gar nicht. Wenn, dann ist das Chris, den du jetzt verfolgt. Ich seh ihn ja gar nicht. Ja. Wirklich. Ich muss auf jeden Fall gleich einen anderen Skin nehmen. Ah. Scheiße. Timmy. Hallo. Timmy hinter dir. Hier. Dreh um. Komm zurück. Timmy. Genau das. Du bist so gut im Stun geworden. Look at them, Alter. Who would have thought? Mach du mal weiter. Okay. Dann kann ich mich heilen. Oh, Mad Kid. Dann kann ich mich heilen. Und dann kann ich... Timmy hoch ist weiter ab. Okay, wie weiche ich seinen Stunzer aus? Ich weiß es nicht. Chris ist zu gut. Na, da kommt auch schon. Deine Birne ist zu groß. Oh, what? Das war ja... Schon wieder, Alter. Das ist halt perfekt. Warte, ich heile mich eben. Ich kann auch nichts machen dagegen. Schon wieder. Ja, gut. Ich fahre einfach Kohle an deinem Kopf. Bart, hilf mir. Stun ihn. Ich wünschte, ich könnte aber... Du schaffst das, Bart. Komm hier rauf. Aui. Ah, was? Du hast mich hoch geschubst. Oh, es war so knapp. Hä? Ah! Er hat keinen Stuhl. Spam! Ja, nee. Mit so... Du brauchst Dinge, die eine große Hitbox haben. Das schaff ich nicht rechts. Mit so einem Maiskolben ist halt... Maiskolben ist nicht groß genug, ne? Maiskolben ist nicht groß genug, ne? Es geht weiter. Wo bist du, Franzi? Ist ja widerlich. Linda. Nee. Versteckt die Kinder. Mori. Warum sagst du einfach immer random Namen? Das verstehe ich gar nicht. Also du sagst immer, du chaste irgendwen, aber du chaste immer einen ganz anderen. Ist das ein Mindgame? Für die Verlungen. Hat doch funktioniert. Ich hab auch kurz gedacht, der kommt zu mir, weil er meinen Namen gesagt hat. Das ist ja... Wild. Immer wenn er mich... Wenn er mich gechaste hat, hat er gesagt, Bart, Bart. Leo. Und jetzt sitz ich da, er kommt auf mich zu Blinder. Das ist super unwitzig gerade, muss ich sagen. Wie soll ich das denn schaffen, alle zu killen? Gar nicht. Keiner bleibt hier zurück bei uns. Ich mach das! Ich mach was! Ich mach Dinge! Nein! Ja, danke! Ja, Wenn, mein Sohn! Er kann uns nicht beide bekommen. Danke, Mama. Pogchamp, Blinder! Pogchamp! Pogchamp! Poggers! Omega Poggers! Super Poggers auch. Super Poggy-Voggies, ey. Poggy-Voggie! 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 Aber ich muss leider gehen, weil ich saß jetzt schon fünfmal. Mann! Scheiße, ey. Und ich vergesse immer zu wigglen. Wiggel, wiggel! It folds! Wiggel, wiggel, wiggel! Wiggel, wiggel! Wo seid ihr denn alle? Wasu ist einfach gegangen, oder was? Ja, ja. Ja, weil ich schon zweimal saß. Wenn ich nochmal gefangen wäre, dann wäre ich tot gewesen. Sorry. Na okay, dann versteh's. Ich hab ja mal gepiest. Hast du gerade eigentlich Concentration-Time? Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Scheiße. Du sagst Concentration-Time und läufst an mir vorbei, wenn ich da rumstehe. Du Drecksau! Geil. Dankeschön. Bart Ehre. Warte mal. Für die Gang. Ich hab das auch nicht für dich gemacht. Ich hab das gesagt. Scheiße. Lass mich durch hier. Nein! Was? Bart, du bist ja so ein Widerling. Ich wollte nicht dich blocken. Ich wollte ihn blocken. Ich dachte, wir können jederzeit drüber springen. Franzi, kommst du auch? Oha. Unglaublich. Der Cooler. Sehr gut. Fortnite hat er nämlich vor, der Tür war einfach weg. Und Tim steht unter mir. Ah, zieh das Messer aus meinem Rückenbord. Schnell. Wie ist Tim das so schnell durchgekommen? Nee, mach's nicht. Da blute ich aus. Kumpel, das erwart. Juri, du hast ihn siebenmal betäubt. Ja. Es hat auch nicht mehr aufgemacht. Ich hab mit dir gespielt, Tim Horus. Ich hab die ersten drei Minuten lang nur Stun mit Tim Horus gespielt. Guck mal, der Arm. Ich hatte halt einen Mad Kid und dann nochmal einen Mad Kid. Sprich, ich konnte halt Stun heilen, wieder hinlaufen. Stun weglaufen, heilen, wieder hinlaufen. Das war richtig gemein.